Do we drop tonight? Ein paar Plätze frei und ich denke mal, einige von euch werden da noch rein wollen. Dafür gibt es aber ein paar Kleinigkeiten, die ihr wissen müsst, um in den Clan zu kommen. Das Wichtigste ist erstmal, ihr müsst im TS erscheinen und in den TS kommen. Ohne TS bringt das überhaupt nichts. Das Zweite ist, ihr müsst mindestens 15 Jahre alt sein. Dass jetzt das Mindestalter ein bisschen erhöht wurde seit dem letzten Mal, gibt ein paar kleine Gründe. Aber Mindestalter ist 15 bei 14, aber nur, wenn die Leute wirklich sich benehmen wie 16- oder 18-Jährige. Also wirklich ein Benehmen haben, wo man denkt, okay, der ist 14, aber er benimmt sich halt wirklich seines Alters entsprechend. Ja, Mindestkarte gibt es zwar wieder keine, aber unter 0,5 ist schon mal nichts möglich. Das heißt, unter 0,5 nehmen wir keinen auf. Das solltet ihr direkt von Anfang an wissen. Und das ist halt das, was ich wollte. Ja, sieben Leute können insgesamt in den Clan. Ob sich das jetzt noch später ändern wird, das weiß ich halt nicht. Aber sieben Leute können in den Clan joinen. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn Leute mit über 15 Jahren Alter in den Clan kommen. Schon ein paar und das wäre halt richtig geil. Und dann wird wieder mit der Commute halt ein bisschen gezockt. Und ja, ich würde mich halt freuen, wenn einige zusagen würden und definitiv auch online uns erscheinen würden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Und ich sag mal, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020